Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal ein bis zwei Tage. Geht das auch für das Regierungsverschritt? Jawohl, mein Führer. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Was Sie da vortragen, ist ein Hirngespinst. Ein ganz sogar verrückter Plan. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten. Wir können nichts mehr für Sie tun. Mein Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Wenck ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so verrichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wenck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Es ist mir sofort zu melden, erstens, wo sind die Spitzen von Wenck, zweitens, wann greifen Sie weiter an, drittens, wo ist die 9. Armee, viertens, wohin bricht die 9. Armee doch? Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht. Wenck wird kommen. Wenck wird kommen. Wenck.